Eine besondere Form der Beziehung ist auch die Generalisierung. Die Generalisierung wird aber nicht mithilfe einer Assoziation modelliert. Die Generalisierung beschreibt eine Beziehung zwischen einer allgemeinen Klasse und einer speziellen Klasse. Dabei gilt, dass jedes Objekt der speziellen Klasse auch automatisch ein Objekt der allgemeinen Klasse ist. Daher sprechen wir auch von einer Ist-Ein-Beziehung und dieser widmen wir uns jetzt in der Folge. Eine Generalisierung ist also eine taxonomische Beziehung, eine klassifizierende Beziehung zwischen einer generellen Oberklasse und einer spezielleren Unterklasse. Weiters gilt hier auch, dass die Unterklasse alle Eigenschaften der Oberklasse erbt. Die Unterklasse erbt somit alle Attribute, alle Operationen, aber auch alle Beziehungen der Oberklasse. Natürlich kann ich für die Unterklasse weitere Eigenschaften hinzufügen. Nachdem jede Instanz einer Unterklasse auch automatisch eine Instanz der Oberklasse ist, kann ich eine Instanz der Unterklasse überall dort verwenden, wo eine Instanz der Oberklasse erwartet wird, zumindest syntaktisch. Mithilfe der Generalisierung wird auch eine Hierarchie dargestellt. Eine Hierarchie von Ist-Ein-Beziehungen und das erfordert natürlich auch eine Transitivität. Diese Transitivität sehen wir an diesem Beispiel. Wir haben eine Hierarchie, die startet bei der Wurzel Person, die Oberklasse für die beiden Unterklassen Employee und Student. Employee ist dann wiederum die Oberklasse für die Unterklassen Professor und Secretary. Wir haben eine Hierarchie. Und eine Instanz von Secretary ist auch eine Instanz von Employee und ist auch eine Instanz von Person. Sieht man sehr schön die Transitivität in dieser Hierarchie. Klassen können auch als abstrakt definiert werden. Von sogenannten abstrakten Klassen kann ich keine direkten Instanzen erzeugen. Daher ist der Einsatz von abstrakten Klassen auch nur in Generalisierungshierarchien sinnvoll. Wenn ich von einer abstrakten Oberklasse keine direkte Instanz erzeugen kann, so gibt es hoffentlich nicht abstrakte Unterklassen, von denen direkte Instanzen erzeugt werden. Das Konzept der abstrakten Klassen dient vor allem zum Herausheben gemeinsamer Merkmale von Unterklassen. Das heißt, anstatt dass ich zwei oder mehrere Klassen habe, die teilweise überlappende Eigenschaften haben, gehe ich her und bilde für diese Klassen eine abstrakte Superklasse und stecke die gemeinsamen Eigenschaften in die abstrakte Superklasse und die Unterklassen erben nun diese gemeinsamen Eigenschaften. Abstrakte Klassen werden als abstrakt notiert, indem ich abstrakt als Schlüsselwort im ersten Abschnitt über dem Klassennamen angebe. Alternativ dazu kann man den Klassennamen auch kursiv schreiben. Haben Sie zuerst eine handschriftliche Lösung, so geben Sie immer abstrakt in geschwungenen Klammern als Schlüsselwort an. Die Unterscheidung zwischen konkreten und abstrakten Operationen einer Klasse funktioniert analog, wie hier die Abstraktion dargestellt wurde. Sehen wir uns den Einsatz von abstrakten Klassen in Vererbungshierarchien an. Auf der linken Seite haben wir eine Vererbungshierarchie mit zwei Stufen. An der Wurzel haben wir eine abstrakte Klasse für eine Form und es gibt die konkreten Subklassen Kreis und Quadrat. In diesem Fall kann es auch nur Instanzen von diesen beiden konkreten Subklassen geben und keine andere Form, weil ja Form selbst abstrakt ist und daher nicht direkt instanziert werden kann. Rechts haben wir ein weiteres Beispiel. Hier haben wir die Hierarchie für Tiere. Die Wurzel sei abstrakt für Tier und wir unterscheiden hier Wirbeltiere und wirbellose Tiere. Bei den Wirbeltieren gibt es Warmblütler und Kaltblütler und bei den wirbellosen Tieren gibt es auch noch solche ohne Füße. In unserem Beispiel haben wir die Wirbeltiere als abstrakt modelliert, weil es eine vollständige Aufteilung gibt in Warmblütler oder Kaltblütler. Andere Formen kann es sowieso nicht geben und daher kann man die Wirbeltiere auch als abstrakt definieren. Bei den wirbellosen Tieren gibt es jedoch solche, die Füße haben und diese werde ich in dieser Klasse dann instanzieren. Jene ohne Füße kann ich als Teil dieser konkreten Subklasse instanzieren. Wichtig ist hier zu sehen, dass auch über die verschiedenen Hierarchienstufen der Vererbungshierarchie hinweg mehrere abstrakte Klassen, nämlich hier Tier und Wirbeltier, eingesetzt werden können. Entscheidend ist natürlich, dass die Blätter einer Vererbungshierarchie immer konkrete Klassen sind und niemals abstrakt sind. Wir haben zuvor bereits festgehalten, dass Vererbungshierarchien auch dazu dienen können, gemeinsame Merkmale verschiedener Klassen in geeigneten Oberklassen zusammenzufassen. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir haben hier die drei Klassen Studierende, wissenschaftliches Personal und administratives Personal und diese drei Klassen teilen sich dieselben vier Attribute, nämlich Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer. Bei den Studierenden geben wir zusätzlich eine Matrikelnummer an und beim Personal, egal ob es das wissenschaftliche oder das administrative Personal ist, haben wir eine Personalnummer. Weiters gibt es auch für beide Arten des Personals dieselbe Beziehung, nämlich Is Assigned, die die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fakultät ausdrückt. Sehen wir uns nun an, wie ich diese gemeinsamen Merkmale zusammenfassen kann. Dies sehen wir am Bild auf der rechten Seite. Um eben diese vier Attribute dieser drei Klassen zusammenzufassen, führe ich eine abstrakte Superklasse ein und nenne diese Person. Die Klasse Student erbt jetzt von Person. Da Student zusätzlich eine Matrikelnummer hat, wird diese in Student angeführt. Da das wissenschaftliche und das administrative Personal sich das Attribut Personalnummer und auch die Beziehung Is Assigned teilen, macht es Sinn, eine weitere Superklasse einzuführen, nämlich die abstrakte Klasse Employee, die jetzt von Person erbt und selbst eben die Personalnummer aufweist und auch die Beziehung Is Assigned zur Fakultät. Wissenschaftliches und administratives Personal sind dann Subklassen von dieser abstrakten Klasse fürs Personal. Wie hier ersichtlich, können nur Wissenschaftler Lehrveranstaltungen unterrichten. Daher besteht die Teachers-Beziehung nur zwischen wissenschaftlichem Personal und Lehrveranstaltung. Das Ganze ist eine korrekte Lösung. Man hätte aber auch alternativ vorgehen können. Da das administrative Personal weder Attribute noch Beziehungen hat, könnte man auf diese Klasse verzichten. Aber dann müsste man für das administrative Personal die Klasse Personal installieren können. Das heißt, dann müsste dies eine konkrete und keine abstrakte Klasse sein. Und dann gibt es auch noch das Konzept der Mehrfachvererbung. Mehrfachvererbung bedeutet, dass eine Unterklasse die Unterklasse von mehreren Oberklassen ist. Wie in diesem Beispiel hier dargestellt, ist Tutor eine Unterklasse sowohl der Oberklasse Student als auch der Oberklasse Employee. Die Frage ist, ist dies erlaubt? Kann man das in UML so modellieren? Die Antwort lautet, ja, in UML ist dies möglich. Jedoch, wenn Sie ein plattformspezifisches Modell entwickeln und Sie entwickeln für eine Programmiersprache, die die Mehrfachvererbung nicht unterstützt, dann würde ich eher dazu anraten, bereits im konzeptuellen Modell die Mehrfachvererbung nicht einzusetzen. Gehen Sie hier pragmatisch vor. Zum Abschluss der Generalisierung wollen wir uns noch mit Eigenschaften der Aufteilung in Subklassen beschäftigen. Zunächst sehen wir uns die Unterscheidung zwischen vollständiger und unvollständiger Aufteilung an. Dazu sehen wir uns das Klassendiagramm auf der linken Seite an. Hier haben wir die abstrakte Klasse für eine Form mit den konkreten Subklassen für Zylinder und Würfel. Ganz zu Beginn des Klassendiagramms haben wir bereits festgehalten, dass es sich um Mengenbildung handelt. Das heißt, die Klasse der Zylinder ist die Menge aller Zylinderobjekte und die Klasse der Würfel ist die Menge aller Würfelobjekte. Das heißt, wir haben hier zwei Teilmengen für Form. Form wäre dann hier die graue Menge. Im Falle einer abstrakten Klasse hätten wir immer eine vollständige Aufteilung, da die abstrakte Klasse selbst nicht instanziert werden kann. Das bedeutet, die Summe der Subklassen, das heißt, die Summe der Zylinder und der Würfel entspricht der Menge aller Formen. Hier hätten wir eine vollständige Aufteilung. Eine unvollständige Aufteilung wäre es, wenn wir hier in der Menge der Formen ein weiteres Objekt wie diese Pyramide hätten. Das können wir aber nicht haben, weil eine abstrakte Klasse ja besagt, dass diese nicht direkt instanziert werden kann und daher kann es in der grauen Menge kein weiteres Objekt geben. Das heißt, bei abstrakten Klassen eine vollständige Aufteilung. Eine unvollständige Aufteilung wäre es, wenn ein zusätzliches Objekt hier in der Menge der Superklasse vorkommen würde. Als zweite Eigenschaft bei der Aufteilung in Subklassen können wir noch die Unterscheidung zwischen überlappend und disjunkt treffen. Disjunkt ist der Normalfall. Sehen wir uns das Beispiel hier anhand von Räumen an. Disjunkt bedeutet, dass ein Objekt nur in der Menge von einer dieser drei Mengen der Subklassen auftauchen kann. Das bedeutet, ein Objekt ist entweder ein Büro, ein Hörsaal oder ein Lernraum. Es ist nicht möglich, dass ein Objekt gleichzeitig beispielsweise ein Büro als auch ein Hörsaal sein kann. Auf der rechten Seite haben wir hier eine überlappende Aufteilung. Das würde bedeuten, dass ein Objekt gleichzeitig in der Menge des Personals und in der Menge der Studierendenschaft vorkommen kann. Das wäre eine überlappende Aufteilung. Eine überlappende Aufteilung ist aber sowieso nur in der Konzeption möglich. In der Programmierung wird Ihnen das niemals gelingen, dass Sie ein Objekt gleichzeitig in dieser Menge des Personals und in dieser Menge der Studentenschaft instanzieren können. Wenn Sie das wollen, müssten Sie in der Programmierung wieder eine Subklasse definieren, die von diesen beiden Klassen erbt. Entscheidend ist auch, dass man grundsätzlich die Aufteilung, die Art der Aufteilung, bei der Generalisierung bei den Pfeilen angeben kann. Es gibt grundsätzlich bei den Generalisierungspfeilen zwei verschiedene Notationen, nämlich einmal führt man alle Generalisierungspfeile zu einer Pfeilspitze zusammen oder man hat einzelne Generalisierungspfeile. Beide Notationen sind komplett äquivalent und haben nichts damit zu tun, ob die Aufteilung vollständig, unvollständig bzw. überlappend disjunkt erfolgt. Wir können festhalten, die Vererbung modellieren wir mithilfe der Generalisierung. Die Generalisierung beschreibt Beziehungen zwischen einer generellen Klasse und spezielleren Klassen. Diese haben zusätzliche Attribute, Operationen oder Beziehungen. In der weiteren Folge sehen wir uns die Eindeutigkeit und die Ordnung von Assoziationen an.